Herzlich willkommen zurück bei Anno 2070. Ja, ja, wir haben einen Plan. Und dieser Plan sieht aus wie folgt. Wir nehmen eine Armada von flugfähigen Objekten, wie zum Beispiel diesem Firebird, und fliegen einfach los und ballern alles kaputt. Guter Plan, oder? Ich bin mir fast zu 10% sicher, dass das auch wirklich genauso funktioniert. Ja, aber vorher müssen wir erstmal ein paar davon bauen. Wir können insgesamt... 9 können wir jetzt bauen, cool. Aber trotzdem. Müssen wir mal schauen. Wir können mal ein paar mehr rum... äh rum, nicht hier Schnaps reinbauen. Die natürlich geilerweise genau hier hinpassen. So, kommt das hier mal alles weg. Sieht auch ein bisschen unschön aus. Wunderbar. Genau, und ich wollte noch eins von den Ökobilanzverbesserern bauen. Hier nehme ich hin. Aber dafür fehlt mir alles an Ressourcen. Das geht aktuell auch hier für die Jungs drauf. Oh, naja, so ist es halt. Pass auf, wir machen nochmal was anderes. Ich speichere nochmal hier. Speichern. Check. Und ich möchte jetzt einfach mal mit den Jungs hier... Okay, warte, wir haben noch keinen... Willkommen bei den Barracudas. 22 Minuten. 22 Minuten. Wir haben noch 22 Minuten Frieden. Ich würde sagen so ab... Ab... 5 Minuten fliege ich mal los. Zu ihm hier. Und dann scheppere ich ihm mal hier richtig eine rein. Zieh dir dieses Prachtstück an. Und es könnte ganz dir gehören. 12.000 will der dafür. Das Ding ist top in Schuss. Und bis jetzt hat's noch keiner vermisst. Hab dich fast schon vermisst. Oh, alle Fahrzeuge im Sektor plus 12 Wurzeln Geschwindigkeit. Das ist... Not bad. Da fällt mir auch ein, ich wollte ja hier noch was draufpacken, ne? Wo ist denn mein Tramaran? Der ist hier noch im Urlaub. Weil das haben wir ja immer noch hier, ne? Das Item. Genau, das wollten wir doch mal auf unser Schiff packen. So. Das wollten wir hier mal doch noch auf dem Werkzeug. Den können wir doch hier noch wechseln. Schmeißen wir hier noch mit hin. Und dafür... Nix dafür. Lassen wir so. Den lassen wir so. Den Pistumann nach da oben. Du sollst nämlich gleich mal die Lage auskundschaften. Und wenn wir den hier reißen, dann reißen wir mal direkt wieder ab. Bevor hier wieder die ganzen Deppen von da oben runter gesegelt kommen. Oh, der ist aufgestiegen, sehr schön. Was mich aber mehr besorgt, ist diese Kombination hier. Burger sind scheinbar gerade neutral. Schnappes. Ich bin mir noch nicht so sicher. Kunststoffe hoffe ich mal, dass die auch steigen. Aber bei den Bürgern bin ich mir fast sicher, dass da nichts passiert. Oder dass sie zumindest nicht steigen. Weil wir einfach ultra viele Leute mittlerweile hier haben. Aber es fehlen nur noch zwei Häuser. Sprich, wenn wir die sechs Beton haben, dann sollte das hier auch wieder alles geregelte Bahn laufen. Und so vergeht die Zeit voller unspannender Dinge. Ich könnte hier noch ein paar Flughäfen hinsetzen. Und wir haben keine Energieversorgung. Also wir haben keine Energieversorgung. Wir haben eine mangelhafte Energieversorgung. Was allerdings jetzt auch nicht das Problem ist. Ah. 150 Energie. Einfach so on top. Ich würde sagen, das hat sich gelohnt. So bin ich denkend. Warte, hier Energieerzeugung. Das könnte man noch machen. Energie, Ökobilanz minus 30%. Das würde bei den ganzen Kraftwerken, die wir hier mittlerweile haben. Und wenn wir mal. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hier oben hat man keine, aber 14 Stück. Schon ordentlich. 14 mal 5. 70. Ja. 70er Ökobilanz, das macht ja fast das hier wett. Also das ist schon nice. Das ist schon nice, gell. Oh, ja gut. Okay, die Payne ordentlich rein. Macht jetzt auch keinen Sinn dafür, jetzt hier noch so ein extra Gebäude zu bauen. Das kostet sein. Oh nein. Nicht mein Trimaran. Bitte nicht. Schnell weg. Prima Rang fertiggestellt. Ja. Was kosten die eigentlich so ein Gebäude unterhalb? 30. Und 5 Wurmbel. Der hat einen Witz gemacht. So. Machen wir schon mal hier einen kleinen Screenshot für die Folge, würde ich sagen. Einfach nur als Zeichen, dass wir davon jetzt ganz, 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 ganz viele bauen werden. Ich könnte natürlich auch davon noch ein paar bauen. Es scheint, als wäre Ihre Methode äußerst effektiv. Ja, ja. Immer. Wir machen 1200 plus, ne? Also das ist schon ordentlich. Ich habe aber leider kein Eisen, um hier weitere von den Dingern da zu producen. Ich könnte natürlich eine Kohlemine abreißen, Eisenmine draufklatschen und... Hä? Was ist denn hier los? Oh, ich baue einfach so. Aber warum? Warum ist... Warum ist die Kohle... Das verwirrt mich jetzt. Warum ist die Kohle, äh, die Eisenmini hier so... ...über, überbeladen? Ich habe die Produktivität nicht erhöht von innen. Aber, äh, ich freue mich. Ist gut. Finde ich nice. Dann kannst du mal weiter arbeiten. Kriegen wir nochmal ein paar Waffen reingerödelt hier. Da sparen wir uns ein bisschen, äh... Kohle. Ich muss gerade mal gucken, kann ich das hier nicht irgendwie ein bisschen schicker bauen? Den da einen reingezogen. Und die dann hier... Eins... Zwei... Drei... Den muss ich hier entsetzen. Das würde nicht passen. Das würde passen. Alles klar. Dadadadadadadadada... Dadadadadadadada... Moin. Moin. Ich bin dumm. Ich bin so dumm. Wieso bin ich so dumm? Aber so dürfte das doch trotzdem gehen, oder? Ja, sehr nice. So, wenn ich den jetzt hier wegreiße. Und hier hinsetze. Dann funktioniert das alles nicht. Oh, aber das geht auch so nicht. Ich müsste den hier hinsetzen. Bitteschön. Gut, dann geben wir mir nochmal zwei, drei Werkzeug. So, das ist jetzt bedauerlich, dass das so knapp nicht passt. Ich könnte den einen nach hier drüben setzen. Oder ich drehe ihn und setze hier zwei nebeneinander, was nicht geht. Hm. Keine Kohle, kein Eisen. Warum nicht? Bist du dumm? Wahrscheinlich. Er müsste eigentlich nur den Marktplatz direkt neben sich ansteuern. Und dann hätte er Kohle und Eisen. Ja, jetzt auf einmal, ne? Jetzt kriegt er es auf einmal hin. Manches Mal, da fragt man sich. Aber guck mal hier, da kann ich zwei direkt noch nebeneinander sitzen. So, und da kommt noch einer hin. Produktionsstillstand, Waffenfabrik. Ob ich kein Eisen habe, oder was? Also wir brauchen auf jeden Fall ein kleines, äh, Lager an Kohle. Falls hier, äh, Sokov wieder Krieg möchte. Deswegen machen wir das jetzt hier. Scherben jetzt hier richtig geil Kohle aus dem Boden. Gucken nochmal kurz, ob wir hier noch einen bauen können. Nö. Wo sind wir da gerade? Bei 23. Gleich kriegen wir wieder einen. Ich würde sagen, wenn wir fünf haben, können wir es mal versuchen. Das wäre dann gleich der vierte. Na, das kann man mal versuchen. So, Kohle sollte steigen. Eisen, gar keine Ahnung, was damit ist. Aber hier können wir noch ne Generator entsetzen. Wenn, was bräuchte ich soweit. 217 auf einmal. Habe ich irgendwas abgerissen? Irgendwas, was ganz viel Energie gekostet hat? Habe ich einen neuen Generator ge... Ah, ich habe einen neuen Generator gebaut. Stimmt, ja. Der war noch nicht im Betrieb, als ich den, äh, das Upgrade vollzogen hatte. Okay, unser Trimaran ist untergegangen. Runtergegangen. Jo. Da könnte ich noch einen hinsetzen. Das ist richtig. Oder ich lasse es. Ja, wir müssen mal gucken, wie das mit dem Eisen hier aussieht. Aber es wird schon weniger. Eisen wird schon weniger. Das ist okay. Das ist völlig legitim, würde ich meinen. Ähm, wir brauchen mehr Bürger. Da waren wir stehen geblieben vorhin. Ja, keine Ahnung. Packen wir hier oben mit hin. Aber eigentlich würde ich die schon gerne hier unten... ...alle haben. Aber reicht mir da einer jetzt? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Also, kommen sie doch hier unten. Es gibt zwei Optionen. Knicken. Ich höre. Passivo. So. Gewürz haben wir. Wir brauchen nur ein paar Burgers. Äh, ein paar Fleischereien, ja. Wie sieht denn das denn hier aus? Ja, seid ihr... Die waren hundertprozentig ausgelastet. Das ist gut. Ähm, das waren zwei, drei. Und hier nochmal vier. Dann setzen wir hier dann nochmal... Das wird jetzt nicht so schön. Aber dafür ist es selten. Also, unabhängig davon, dass es nicht schön wird... ...funktioniert es noch nicht mal. Ich bin dumm. Äh, machen wir es so. Ja, ist ein bisschen schön wenigstens noch. So, und bei ihm hier... So, kriegen wir es hin. Aber nur... Aber nur... So. Gut, dann haben wir zwei Fleischereien mehr. Wir bauen nochmal zwei. Hier passen sie nicht hin. Hier passen sie hin. Gut, das wird die Nummer eins. Und... Das wird die Nummer zwei. So, und damit sollte das doch jetzt erstmal ausreichen. Oh, ja. Sehr schön. Kauf ist hier ruhig. Wie haben wir denn jetzt noch? Nichts mehr. Hat er alles aufgekauft. Sehr schön. Immer noch nicht genug Zeit. Scytex-Warpfen. 23 immer noch? Hä? Hat er überhaupt was hergestellt hier, oder was? Jetzt hat er es. Ja, sehr schön. Danke dafür. Gut. Wie schiedst du denn jetzt aus hier mit der Eisen? Achso, stimmt. Ich muss ja auch die Gewürze noch nachproduzieren. Hier oben habe ich ja auch noch drei Kohleförderer. Irgendwas hätte ich doch vorhin überlegt, wegen Kohlegedöns. Ich weiß aber erstens nicht mehr was. Und zweitens... Wie viel? Ich glaube, Ökobilanz war es. Das waren unten... Müssten da, glaube ich, 22 gewesen sein. Und hier mit den dreien dürften es ja dann bei 28 sein, ja. Ja, so ein paar Sachen kann man sich ja doch noch marken. So. Das lübt. Sehr schön. Und ich wollte... Ich wollte... Ich wollte... Das bauen, aber ich habe kein Beton. Und kein Werkzeug. Eigentlich kann ich ihn doch hier mal wieder deaktivieren. Das machen wir doch bestimmt genug. Ja, aber nicht. Ach, das ist, äh... Ist ja okay. Ist ja schon okay. So, mehr Angriffsstärke. 60 statt 50. Sehr, sehr schön. 20% mehr. Da freut sich doch mein... Angriffs-lustiges Herz. Kriegen wir hier eigentlich noch mehr hin? Ja, hier kriegen wir noch einen hin. Ja, hier kriegen wir noch einen hin. Da kriegen wir noch einen hin. Sogar genau. Sehr schön. Also ein... Schade. Die ist ja alle ein weiter rüber gesetzt. Naja gut. Ich wollte erstmal hier so ein... So ein Ding hier in die Stadt setzen. Brauche ich noch eine Tonne Beton. So, und dann libt das Tier. Strom haben wir ja sowieso genug nach unserem geilen Update. Dann steigt das hier. Die Leute werden glücklicher. Geil, wir haben zwei Arbeitsthronen. Jetzt machen wir uns nochmal ein bisschen Money. Äh, wurde irgendwas wieder knapp? Ich glaube... Kohle ist tatsächlich relativ... Komm her, wir... Bauen einfach mal hier ein paar auf Reserve. Was wir haben, haben wir, ne? Was kostest du denn eigentlich sonst noch? Wenn du dich anstrengst, schaffst du's. Vielleicht. War ja klar, dass du die Barracudas hängen lässt. Klar. 30 Carbon. 15 Baun. Ja, Baun. Substanz hier ist ja... Schniff ist das. Die hat mir ganz viel Wert. mitverkauft. Hm. Nicht schlecht. Tick Waffen. Du hast jetzt alles. Wir gucken mal, ob hier das Eisen mehr wird. Falls er dem so sein sollte. Da bauen wir noch eine. Wir sind jetzt bei sechs. Bürger. Werden eigentlich Bürger mehr? Da habe ich auch noch nicht drauf geachtet jetzt, ne? Was ist in mein System, äh, in mein Gebiet eingedrungen? Was macht sie denn? Ganz, ganz böse Sachen, nehme ich an. Drei Bürger, zwei Bürger, ein Bürger, kein Bürger, ein Bürger, ein Bürger, ein Bürger, kein Bürger. Das ist zu wenig. Ich muss mal gucken, ob, äh, arbeiten die ja bei 100% auch? Ne. Und zu wenig Fleisch. Was ist mit euch hier eigentlich los? Ich kann's mir leider nicht verkneifen. Ich muss speichern einmal kurz. Spiel gespeichert. Dann fliegst du einmal bitte los. Oder hauen sie ab. Jetzt hauen sie ab. Jetzt haben sie, sie haben's gewittert. Langsam hast du den Barracuda-Stil drauf. Ne, 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 ne. Boah. Alter. Das kam außerdem überraschend. Also, sie tun aber auch richtig weh, ne? Ich seh mich da noch nicht einfach zu denen hinfliegen. aber was soll ich tun, was soll ich tun also ich müsste mir irgendwie eine Methode überlegen wie ich die ablenken kann um dann zu der hinzufliegen und sie dann weg zu böllern und das am besten auf einer Route, wo ich nicht auf den anderen Fatzken treffe weil einen Kampf gegen ihn schaffe ich nicht also vielleicht wenn ich mich ein bisschen vorbereite und Verteidigung aufbauen und so weiter, aber das kann ich ja nicht solange ich gegen die beiden Beppos hier kämpfe ach so warte mal, wie sieht das eigentlich aus hiermit wir sind immer noch im Frieden und der hat noch irgendwie keine Anzeichen gemacht mich kaputt machen zu wollen ich könnte das natürlich nicht machen, Lobbyismus hier aber was bringt es mir Auftragantworten zwielichtige Deals diplomatische Immunität 60 Minuten Spottpreis nö, das machen wir alles nicht wir warten weiter auf unsere Hightech-Waffen und wir kriegen Eisen dazu das heißt let's go so 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 dann produce mal richtig schön Hightech-Waffen, mein lieber Freund in einem mordsmäßigen Speed guck dir das an, wir haben 100.000 Öcken wir wohnen hier alleine auf der Insel wir haben unsere äh Flugzeuge von denen wir theoretisch insgesamt neun Stück haben können im Zweifelsfall könnten wir hier auch noch ein bisschen Häuser hinbauen dann können wir noch ein paar mehr bauen und dann geht das los dann geht das richtig steil hoff ich also ich bin tatsächlich immer noch relativ skeptisch was das Ganze angeht hier hab ich also wieso funktioniert das hier nicht muss ich mich rollen achso, alles naja, jetzt auf einmal jetzt stehst du wieder auf naja damit können wir dann hier auch noch einen Tycoon-Dude aufsteigen lassen welcher ist mir völlig egal Hauptsache, ihr macht's mal ich kann immer noch nicht glauben dass ich die Beförderung gekriegt hab ja ähnlich so was sind es sind alle aufgestiegen das ist das Problem bis auf der eine hier drüben so und da müssen erstmal ein paar Leute einziehen na gut sollen sie machen ich kann ja noch viel mehr Geld machen sehe ich gerade hier meine Güte und wir brauchen auf jeden Fall mehr Fleisch das reicht immer noch nicht das reicht immer noch nicht ähm ähm hier Burger Fleisch Fleisch wir machen das nochmal Fleisch wir haben hier diese Ecke da setzen wir ihn so hin zapp, zapp, zapp ich könnte ihn so hinsetzen aber dann passt das nicht mehr ich muss ihn so hinsetzen damit das so passt jetzt ziehen wir hier einmal so einen geilen Weg lang so diese netten Fabriken so dann hier Schwein nein scheiße das passt nicht schön wieder Materialien gewastet so es ist alles völligster Scheiß was ich hier mache das sieht so kacke aus aber es ist mir zum Glück gerade völligst egal okay da fehlt ein bisschen Beton Louis Vuitton so und dann kommt hier noch einer hin und dann dürfte das ja passen oder brauchen wir nur noch schnell 5 Tonnen Beton und dann also wenn das dann immer noch nicht reicht dann weiß ich auch nicht die Barracudas versuchen doch nur zu überleben das war doch ein Spottpreis für dein Leben also da kann ich mich also für 10.000 da kann ich nochmal das geht ja noch ist ja quasi nix Spott billig Geschenk quasi ich bin zufrieden das ist okay für mich das kriegen wir geregelt gut dupperwaren passen Öl und so passt auch alles oh wir haben zu viel davon können wir hier einbauen ja alles klar ja da haben wir 5 und ihr erinnert euch vielleicht noch daran was ich gesagt habe wenn wir 5 haben sehr schön 1500 Öcken haben wir plus hier sind die Jungs eingezogen hier kriegt wahrscheinlich kein Haus mehr hoch nö das ist alles in Ordnung zack es bäms 2000 plus so läuft das kriegen wir ihn kriegen wir sie nein er haut ab er haut ab ok zieht sich zurück die Alde die Alde zieht sich zurück so und hier kriegen wir nix mehr drauf auch fein ich würde sagen wir speichern einmal dann schnappen wir uns unsere Jungs mal und fliegen erstmal hier rüber wir haben ja noch Frieden mit unserem lieben Piratenboy Summer Senpai dann fliegen wir mal hier so schräg rüber scheiße ja ne ich glaube ich komme hier ich komme hier nicht durch verdammt verdammt so moin 5000 Leben hat die Bude nur das geht ja noch so wenn wir nämlich jetzt hier dann lassen wir mal hier einen Bombenhagel runterkommen auf die Bude das war ein unfairer Kampf nie ist in Paracula League ohne Anführer wer sorgt nun auf dieser Welt für Gerechtigkeit ne tu schon mal nicht ähm Respekt sie haben Hector auf Schwierigkeit schwer besiegt Porträt Hector Titel Pirat Spielfarbe Rot Gewalt erzeugt Gegengewalt und merkt ihr das besiegen sie besiegen sie dritte Parteien besiegen sie drei Parteien dritte Parteien ach dritte Parteien ach äh die dritte Partei wir sind Partei 1 Partei 2 sind die die sich ausweiten und dritte Parteien sind die fixen die sich nicht ausweiten und so weiter die einfach nur da sind Händler spielen und so einen Scheiß sehr schön nö extrahiere Direktiven für den Auftrag aus dem Protokoll der Einsatzbesprechung diese können Zugriff auf sein Technologie werden okay dann erstmal wieder zurück das war ja das war ja sehr entspannt also das hat sehr gut funktioniert dann schnappen wir uns mal einen Trimaran ähm wir holen uns von ihr nochmal ein nee will ich nicht pass auf du hältst wenn das mein Auftrag was denn Lobbyismus zur Abwechslung sind wir eine Meinung so brauchen wir mal ordentlich Geld jetzt hier gelassen ja also da wäre ich nicht vorbeigekommen keine Chance hier haben wir ein Kontor das lassen wir da einfach auch mal liegen dann fahren wir mal hier hoch und sammeln mal den Kappes ein der hier rum liegt zerstörte Piratenbasis hehehe boah nice danke ich wollte dir das gerade vorbeibringen aber wenn du es selber holst ist auch schön machteinheiten unangreifbar für feindliche Einheiten das ist doch auch schön die Eden Initiative haben wir dann auch gefunden gut dann müssen wir uns jetzt nur noch mit Straußberg gutstellen wir haben ja hier den Speicherstand den können wir uns ja erstmal merken geht's ja eigentlich los gut die müssen jetzt einen Moment chillen haben wir hier eigentlich warte mal da liegt noch was halt stopp snack das mal weg irgendwelche Expeditionen die man theoretisch machen kann aber sehe ich jetzt noch nicht dass ich die mache oh da ist ja auch noch hoffenweise Zeug hier geil umat jetzt müssen wir auch noch alles einsacken hier sehr schön geht beides nicht ja ich weiß dass sie in mein Territorium hier eingedrungen ist aber nur blöderweise juckt mich das nicht weil sie ja scheinbar nichts tut meine Handelsschiffe haben wir ja ein Deal getroffen dass sie die 60 Minuten lang in Ruhe lässt so können wir doch jetzt spaßeshalber einfach mal angreifen da macht es den Bogen hier bleibt doch stehen jetzt wo ich auch mal was habe zum angreifen dann kannst du kannst du ruhig mal hier bleiben du alle Schreckschraube kann ich noch einbauen kann ich noch einbauen eilige muss ich jetzt ja mal langsam hier nachrüsten ok ok jetzt geht es nicht mehr jetzt fehlen mir die Waffen alles klar genau du solltest nicht landen du solltest dem Flugzeug folgen gucke mal das hat ja gerade so derartig gut funktioniert aber gut sie hat halt von vornherein super krasse Luftverteidigung und alles gucke mal sie hat sie auf ne hat sie nicht man kann sagen sie hat sie aufgesplittet hier so breite Formation damit ich mit Bomben nicht treffe aber natürlich mache ich das mein Lieblings Typ Treibgut ja komm wir kümmern uns erstmal um die Kohle dass er hier was bekommt was ihm zusteht Firebird ist doch schade drum Kohle sehr gut so und wenn wir das haben so ja bleib mal hier ich hab da ne tolle Idee warum fährst du denn jetzt weg ich weiß jetzt nicht was hier Problem ist okay sie verschont meine Handelschufe nicht mehr aber oh hmm dieses Gefühl unnachahmlich ach das das will ich doch am besten lieb am liebsten sofort nochmal machen es hat zwar mein Schiff hier äh mein Flugzeug was habe ich immer Schiffe meine Fresse äh fast zerstört aber eben nur fast und ich habe keine Ahnung sieben acht Stück von ihr versinkt ich muss das mal unbedingt in in close aufnehmen okay sehr schön das zurück zur Arche von Direktor her geortet werden diese können Zugriff auf seine Technologien gewähren klingt gut klingt sehr gut möchte ich meinen die ist so eine Pussy die haut immer ab aber ich weiß wie ich sie hierher locken kann registriere Bereitschaft zum Abschluss des Auftrags Irgendwas kann ich jetzt entwickeln irgendwas tolles vermute ich so willst du nicht angreifen willst du nicht ach guck mal da kommen doch ein paar ein paar kleine Schiffe na gut Komm. Bleibt schon da. Nein, bleibt hier. Wo wollt ihr denn hin? Wo wollt ihr denn hin? Ja, wo wollt ihr denn hin? Da kommen wir ein bisschen zu nah. Ja, trotzdem zwei Schiffe versinkt. Wir haben leider nichts für die. Kann nicht kopiert werden. Ja, ist okay. So, wie schaut's aus hier mit deiner super krassen Flotte? Willst du da jetzt mal irgendwie aktiv werden oder nicht so? Oh shit, oh shit, oh shit! Das tat weh. Okay, jetzt greifen sie das Gebäude an. Schau, wie's jetzt? Okay. Kurz zuuuck, Mami. Alter, scheppern die rein. Scheiße. Ah, für den Screenshot. Hashtag für den Screenshot. Gut, das hat mich jetzt natürlich ein bisschen zurückgeworfen. Aber dafür habe ich ganz viel Treibgut bekommen. Treibgut, das ich super ungewinnbringend verkaufen kann. Noch mehr freuen würde es mich tatsächlich, wenn diese ganzen Schiffe, die ich gerade zerstört habe, einfach nicht wiederkommen würden. Jawohl, Herr Strindberg. Sehr wohl, Herr Strindberg. Alles, was Sie sagen, Herr Strindberg. Was kann ich für Sie tun, Herr Strindberg? Liefern Sie die Befordernbarung zu Ebashi. Äh, Algen. Jawohl, Herr Strindberg. Die Firma sorgt für alle, die es in dem Geschäft. Jawohl. Ähm. Zu, Herr Strindberg. Sehr wohl. Ich hoffe, das Schiff kommt auch an. Aber stimmt, ich kann dem ja hier... Jetzt kommt es auf jeden Fall an. So. Schal. Hightech-Waffen fehlen. Ihr arbeitet nicht zu 100%. Deswegen, check. Ich habe vermutlich kein Eisen mehr. Jo. Dementsprechend habe ich ja gesagt, werde ich hier diese Kohlemine abreißen und durch eine Eisenmine ersetzen. Hoppala. So. Und damit brauchen wir ein bisschen mehr Kohle. Hier schon Kohletagebau. Yummy, yummy, yummy. Die Rache hat zwei Eigenschaften. Sie ist süß und sie ist mein. Okay, Herr Strindberg. Darf ich Ihnen trotzdem noch das Teil vorbeibringen, was Sie haben wollen? Oh, warte mal. Ich muss ja hier meine Verteidigung dann wieder aktivieren, ne? Spiel gespeichert. Warnung. Gebäude steht unter feindlichem Beschuss. Alarm. Ihr Ende wird kommen. Das ist mit dir nicht richtig. Warum ist denn so toll das langsam? Immer die beste Verteidigung. Alarm. Feindlicher Angriff auf eines Ihrer Gebäude. Warum greift der mich denn jetzt an? Ich habe ihm doch nichts getan. Gut, die Fischer, das kriegen wir vielleicht mal so hin. Aber die haben keine Luftverteidigung, ne? Ja, ich bin zu wenig. Ja. Warnung, Gebäude steht unter feindlichem Beschuss. Ihre Glückssträhne wird bald enden. Okay. Dann wieder mal alle... Warnung, Gebäude steht unter feindlichem Beschuss. Alle landen. Warnung, Gebäude steht unter feindlichem Beschuss. Ach, ernsthaft? Hier, ja? Alle schützen auf Gefängsstation. Er schießt hier einfach mein Haus kaputt. Wie frech ist denn das? Ah, guck mal, jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen Luft verteidigung. Das ist doch schön. Ähm. Da schießt der einfach jetzt da in der Stadt mein Haus kaputt, oder was? Ist aber ansonsten sauer, alles noch Taco hier. Angriffe auf die Zivilbevölkerung ist übrigens ein Kriegsverbrechen. Na, guck mal, dauert er ab. Sehr schön. Wir beide stehen unter feindlichem Beschuss. Wurde denn das jetzt? So, dann fährst du halt hier bitte hin. Einmal absaufen. Und hier drüben dann hin. So. Ach klar. Jetzt seid ihr auch noch alle da, oder wat? Gut. Also gegen seine Flugzeuge kann ich mich relativ gut verteidigen. Außer sie schweben hier irgendwo mitten in der Butnik rum. Feindlicher Angriff auf eines ihrer Gebäude. Hm, 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 hm. Alarm. Feindlicher Angriff auf eines ihrer Gebäude. Alarm. Feindlicher Angriff auf eines ihrer Gebäude. Ja, ja. Ist mir aufgefallen. Nachrichtensystem. Okay, warte mal. Katastrophen sind nicht die Wirtschaft. Nicht so wichtig. Forschung nicht wichtig. Bewölkerung. Es ist bestimmt kein Zufall, dass sie hier sind. Danke. So. Ähm. Warum kann ich bei ihm Waffenstillstand? Ich alles nicht. Verschwinden Sie. Ich muss verrückt sein. Alarm. Ist doch nett. Der Angriff auf eines ihrer Gebäude. Ist nett von ihm. Dass er die arme, hilflose Bevölkerung in Ruhe lässt. Und wir derweil hier ein Kontor einsetzen können. Und. Was? Ach, mein U-Boot. Okay. Das ist nie so wild. Trimaran bereit. Bitte gehen Sie. Das ist okay. Ich dachte schon, der hätte jetzt hier einen von meinen Firebirds vernichtet. Das wäre aber nicht so schön gewesen. Alarm. Feindlicher Angriff auf eines ihrer Gebäude. Warnung. Gebäude steht unter feindlichem Beschuss. Diese Begegnung überlebt. Ach da. Oh. Okay. Merke. Einer reicht Schande nicht. Ah. Doch. Okay. Aber ich baue trotzdem noch Vierer hin. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Und dann haben wir zu wenig Kohle. Oder Energie besser gesagt. Deswegen. Kohlekraft. Let's go. Oh, wir haben zu wenig Kohle. Buh, buh, buh. So, haben wir jetzt eigentlich genug Burger. Ja, sehr schön. Das passt auch alles noch. Oh. Ach so, ja. Das habe ich vergessen. Und jetzt wieder ab. Pussis. Naja. Gut, den haben sie zerstört. Setzen wir nochmal einen hin. Gut, dann ist das da auch erstmal safe. Ich hoffe, die Kohle pendelt sich dann gleich wieder ein. Warum habe ich denn hier so... Ich arbeite nicht richtig. Ich habe doch Eisen. Habe ich keine... Ich habe keine Chips. Okay, einer verbraucht scheinbar genug Chips für zwei. Ja. Sieh mal an. Sieh mal an. Guck mal hier. Eine krasse Luftverteidigung. Hier haben wir ordentlich was stehen. 1, 2, 3, 4. Hier haben wir sogar 5. Ich werde nicht mal einen von abreißen, weil ganz so viel brauchen wir ja nicht. Hat jetzt natürlich eine Menge Energie gekostet, all die Teiler zu aktivieren, ne? Aber ich denke, das lohnt sich. Und ich denke, dass wir die Folge überzogen haben. Aber das ist alles halb so wild. Dann muss die nächste Folge mal wieder ein bisschen kürzer werden. Aber ich muss sagen, es ist auch super viel passiert, diese Folge. Super krass. Richtig geil. Krieg erklärt. Den Piraten vernichtet. Forschung betrieben. Flugzeuge gebaut. Schiffe versenkt. Alles mögliche. Nun gut. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Habt noch einen schönen Tag und gehabt euch wohl. Wertes Volk.